Und im letzten Teil der Vorlesung geht es um testgetriebene Entwicklung. Man liest oft von TDD nur noch Test Driven Development und Design by Contract. Und wir werden sehen, was das eigentlich mit Compilern zu tun hat. Das wirkt erstmal irgendwie, als hat das damit gar nichts zu tun. Wir werden aber so ein paar Parallelen sehen und es dient auch eher so ein bisschen der Einordnung, was haben diese statischen Analysen eigentlich zu tun im generellen Kontext von der Softwareentwicklung, und testgetriebene Entwicklung und Design by Contract sind interessante Techniken im Kontext von statischen Analysen, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Erstmal dazu vielleicht noch ein paar Beispiele. Und zwar wird der ganze Teil der Vorlesung eher aus Beispielen bestehen und ich möchte euch eher über die Beispiele motivieren und daran bringen. Und die Frage ist, ist dieses Programm typkorrekt? Ja, oder mit anderen Worten, passt es eben zu den Typ-Regeln von Java oder gibt es da vielleicht irgendwo Probleme? So, wer möchte, kann dann noch ein bisschen weiter rätseln. Ich löse es jetzt auf. Nämlich, an der Stelle würde der Java-Compiler uns sagen, naja, also diese Methode, die du hier hast, die passt eigentlich nicht für keine Parameter. Ja, also die hast du mit dem Parameter Edge definiert und hier aufgerufen ohne Parameter. Das geht so nicht. Und das ist die wirkliche Meldung, die uns der Java-Compiler dazu gibt. Das heißt, der Compiler hat einen Typ-Fehler gefunden. Und der Typ-Fehler ist von folgender Art, nämlich dass der Methodenaufruf nicht aufgelöst werden kann. Der Compiler weiß nicht, welche Methode soll aufgerufen werden. Und insbesondere an der Stelle, selbst wenn er jetzt irgendwie raten könnte und sagen könnte, okay, wahrscheinlich meinst du diese Methode hier, dann ist ja unklar, was da für einen Wert übergeben werden soll. Das heißt, an der Stelle, und da unterscheiden sich quasi auch stark und schwach getypte Programmiersprachen. Eine schwach getypte Programmiersprache würde vielleicht sagen, ja, dann suche ich halt so eine Methode, die so ähnlich aussieht und nehme die und übergebe da einfach null. Und eine stark getypte Programmiersprache würde uns auf jeden Fall zur Compile-Zeit schon einen Fehler geben. Und wir müssten den Fehler erst beheben, bevor wir das Programm kompilieren können. Jetzt können wir den Fehler beheben, mit genau dem, was ich eben schon gesagt hatte. Wir können da einfach null übergeben. Da wissen wir jetzt vielleicht nicht, was wir da sinnvoll übergeben sollen. Übergeben wir mal null. So, und jetzt die Frage, ist das Typ korrekt? Und auch da könnt ihr gerne wieder drüber nachdenken. Ich löse es jetzt auf. Das Programm ist tatsächlich typkorrekt. Also das erfüllt die Typ-Regeln. Hier wird keiner Typ-Regel widersprochen. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem einen Fehler. Und zwar einen Fehler zur Laufzeit. Nämlich, wir werden eine Null-Pointer-Exception sehen. Und zwar sagt uns die Null-Pointer-Exception eben nicht der Compiler, dass es die gibt, sondern das merken wir erst bei der Ausführung. Wenn wir diese Main-Methode ausführen, dann werden wir eben, wenn diese Equals-Methode aufgerufen wird, wird eben E.First ausgewertet. Und an der Stelle werden wir auf eine Null-Pointer-Exception stoßen. Das heißt, dieses Beispiel Typ-Fehler und Laufzeit-Fehler zeigt uns schon, Compiler können offensichtlich nicht alles finden. Und selbst wenn sie bei den Typ-Fehlern vollständig sind, Stichwort starke Typte Programmiersprachen, dann gibt es trotzdem noch Fehler, die wir erst zur Laufzeit sehen werden. Das heißt, Testen wird damit nicht überflüssig mit Compilern. Stichwort Testen ist ganz gut, weil was wir jetzt ja eigentlich schon behandelt haben in der Vorlesung zum Thema Testen ist, Naja, man nimmt jetzt nicht nur die Main-Methode und führt das alles händisch aus, sondern was wir eigentlich machen, wir sind Unit-Tests schreiben. Und wir könnten jetzt mit JUnit einfach einen Test schreiben und könnten an der Stelle sagen, hier ist blau hervorgehoben, was sich geändert hat und hier würde der Fehler noch drin sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich das grundlegende Prinzip hinter Test-Driven-Development. Schreib zuerst den Test, guck dir an, ob er fehlschlägt und schreib erst dann den Quelltext. Das hat verschiedene Gründe. Man könnte jetzt sagen, naja, ich fixe einfach das Problem und dann ist es behoben. Was interessiert mich das, ob es da für einen Test gibt? Tatsächlich ist es so, dass die Fehler, die irgendwann mal auftauchen können, könnten mal wieder auftauchen und dieser Testfall würde das dann auf jeden Fall abfangen. Zum anderen, den Test davor zu schreiben, hat den Vorteil, dass zum Beispiel auch nicht aus Management, aus Zeitdruck oder Ähnlichem die Situation entstehen kann, wo man sagt, ja, der Code funktioniert, aber ich muss noch Tests schreiben. Weil das ist dann häufig der Punkt, wo das Management ankommt und sagt, ja, aber jetzt, nee, wenn das schon funktioniert, dann lass mal mit den Tests, dann mach jetzt mal weiter, ich will das nächste Feature sehen. Oder wir haben noch andere Fehler, die müssen auch noch behoben werden. Und das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich aus Management-Sicht von Software-Projekten, dass man erst den Test schreibt. Und der dritte Punkt und vermutlich der wichtigste Punkt, dadurch, dass wir erst den Test schreiben, sehen wir auch, ob dieser Test wirklich fehlschlägt. Weil vielleicht haben wir auch einen Fehler in dem Testcode drin und der Test läuft einfach immer durch, weil wir da einen Fehler drin gemacht haben und wir würden nie herausfinden, dass er fehlschlägt. Deswegen, erst Test schreiben, der soll fehlschlagen, das gucken wir uns jetzt hier an. Bei JUnit würde das jetzt wie folgt aussehen. Wir würden das ausführen und an der Stelle würden wir in JUnit ein Error angezeigt bekommen, keine Failure. Error bedeutet, dass hier eben diese Nile-Pointer-Exception geworfen wird, also eine Laufzeit-Exception. Failures kommen wir gleich zu, werden wir gleich auch noch Beispiele sehen. Und wir sehen hier an der Stelle auch, an welcher Stelle das passiert. Wir können uns angucken, in welchem Testfall. Und das, was wir hier links unten so klein und unscheinbar sehen, ist tatsächlich der Trace, der Stacktrace von den Methodenaufrufen. Und das ist das, was wir vorhin im Speicher gesehen haben, als verschiedene Abschnitte, die einfach übereinander von Methodenaufrufen passieren. Und das können wir jetzt hier tatsächlich auch nachvollziehen. Welcher Testfall ist fehlschlagen? Welche Methoden wurden nacheinander darin aufgerufen? Und in der Praxis hat man keine Stacktraces, die irgendwie zwei Methoden lang sind, sondern eher welche mit 30 oder im Eclipse-Umfeld mit 50. Gut, danach den Fehler beheben. Und an der Stelle könnten wir das jetzt irgendwie so beheben. Wir wollen natürlich nicht irgendwie die Kante mit null vergleichen, weil null ist vielleicht gar nicht zugelassen als Wert zur Übergabe, sondern wir wollen die halt mit einer gleichen Kante oder einer ähnlichen Kante vergleichen. Gut, jetzt haben wir den Code geschrieben. Und was wir jetzt machen müssen, ist den Testfall nochmal auszufüllen. Weil jetzt würden wir erwarten, dass der Testfall jetzt durchläuft, dass wir jetzt den Fehler behoben haben. Dann gucken wir jetzt rein. Und der Testfall läuft durch. Ja, super. Fertig. Vorlesung zu Ende. Dankeschön. Tschüss. Moment. Was bedeutet das dann, wenn der Testfall durchläuft? Wir haben in der Testvorlesung schon mal ein bisschen von gesprochen. Und da möchte ich nochmal an das Zitat von Dijkstra erinnern, das bekannteste Zitat aus der Informatik. Testing cannot show the absence of errors, can only show their presence. Also, wenn der Testfall fehlschlägt, dann haben wir einen Fehler. Wenn der Testfall durchläuft, wissen wir nichts. Wir wissen nicht, ob es noch andere Fehler gibt. Und an der Stelle würde man vielleicht sagen, okay, wir hören jetzt auf mit dem Unit Test und wir führen das Programm mal aus. Und dann stellen wir fest, ja, also, ja, wenn wir hier oder wir finden diesen Unit Test aus und gucken mal in die Ausgabe und wir sehen, da kommt False raus. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so schlau auf die Ausgabe bei einem Unit Test irgendwie was rauszuschreiben und gar nicht zu überprüfen, ob die eigentlich stimmt mit unserer Erwartungshaltung. Ja, weil wir haben ja die Erwartung, wenn wir zwei gleiche Kanten vergleichen, dass dann auch True rauskommt und nicht False. Und tatsächlich, der Fehler ist an einer ganz anderen Stelle. Der ist gar nicht in dem Testcode, sondern es gibt einen realen Fehler, der noch in dem Quelltext drin ist. Und den haben wir nicht gefunden, weil wir hier einfach bloß was auf der Kommandozeile ausgegeben haben, was nie überprüft wurde. Das heißt, wir müssen auch Assertions einbauen und uns überlegen, was soll tatsächlich, was sind die erwarteten Werte, was soll eigentlich passieren. Wir wollen nicht nur dafür sorgen, dass es keine Nine-Pointer Exceptions gibt, sondern auch, dass das Programm das Richtige tut. Und da sind wir bei dieser Unterscheidung zwischen Laufzeitfehlern und logischen Fehlern. Das ist ein logischer Fehler und würde eben nicht zu einer Nine-Pointer Exception, sondern einfach zu einem falschen Wert führen. Was sollten wir an der Stelle machen? Und auch da haben wir schon in der Testvorlesung darüber gesprochen, wir sollten Assertions einbauen. Das heißt, in unserem Testcode führen wir Assertions ein und an der Stelle sagen wir eben, da gibt es spezielle Sprachkonstrukte für, mit denen wir sagen können, dieser Ausdruck soll den Wert wahr enthalten. Dann können wir das ausführen in JUnit. Was passiert da? Na ja, JUnit sagt uns, es führt das aus und es gibt eine Failure. Und jetzt sehen wir hier nochmal den Unterschied. Error sind Laufzeitfehler. Failure. Failure sind logische Fehler. Und logische Fehler können wir nur dann erkennen, wenn wir selber eben Assertions reinschreiben und sagen, was ist denn das erwartete Verhalten. Gut, dazu, zu diesem Beispiel, jetzt können wir den Code eben umschreiben, das korrigieren und würden dann eben an der Stelle da oben eben statt First entsprechend Second reinschreiben. Und tatsächlich würde uns dieser, für diesen Code könnten wir das jetzt quasi auch nachvollziehen oder mit dem Debugger angucken, was passiert und würden dann feststellen, dass es tatsächlich an dieser Stelle da oben liegt. Aber so richtig sehen wir das noch nicht. Und da kommen wir gleich nochmal drauf, wie man das erkennen kann, an welcher Stelle eigentlich der Fehler ist. Ja, weil ich meine, klar, das ist ein kleines Beispiel, damit es auf die Folie passt. Aber in der Praxis haben wir natürlich Systeme mit tausenden von Methoden, mit Millionen Zeilen, Quelltext. Und plötzlich ist es nicht mehr so überschaubar, wo eigentlich der Fehler ist, wenn jetzt so ein Assertion nicht erreicht wird. Gut, also hier der korrigierte Code, natürlich muss das Second mit Second verglichen werden, sonst macht das irgendwie wenig Sinn. Und was ich vorher nicht gesagt habe, ist natürlich handelt es sich hier um gerichtete Kanten, bei Ungerichten müsste man auch noch die Gegenseite überprüfen. Gut, jetzt ist die Frage, haben wir jetzt alle Typ- und Laufzeitfehler behoben? Und in dem Fall ist es, zumindest haben wir alle behoben, die ich jetzt eingebaut habe. Aber tatsächlich wissen wir da erstmal noch nichts. Also was bedeutet das, wenn die Tests durchlaufen? Das bedeutet einfach nur, dass die Werte, die wir da überprüft haben, für die lief das durch. Dass das grün aussieht, ist schön, das ist schön für die Augen, das ist gut für die Seele. Aber das heißt nicht zwingen, dass wir keine Fehler mehr haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier nochmal durchstreichen wollte. Gut, deswegen versucht man da, da hatten wir über Blackbox, Whitebox Testen gesprochen, mit Testabdeckung und ähnlichem zu arbeiten. Jetzt aber zum Punkt, wie finde ich eigentlich diese genaue Stelle, an der das Problem besteht? Und wie können wir dann das, was jetzt in dem Test steckt, ja doch irgendwie eine Spezifikation, was ich für ein Verhalten erwarte, wie können wir denn das näher an den Code ranbringen? Eine andere Strategie in dem Fall, wir hatten eine Null-Point-Exception. Wir können natürlich sagen, in jeder Methode fangen wir am Anfang erstmal an und fragen, ob der Parameter null ist, ob der Parameter null ist. Das ist bekannt als sogenanntes Defensive Programming. Und als ich 2004 meinen ersten Hiwi-Job hatte als Programmierer, wurde ich angeleitet, Defensive Programming zu machen, bei jeder Methode am Anfang überprüfen, was alles null ist. Und dieses Defensive Programming sorgt dafür, dass eben ein Drittel des Quelltextes vielleicht dann nur noch aus solchen Abfragen besteht. Es wird unglaublich langsam der Code und es wird tatsächlich hässlicher dadurch. Es wird einfach vermischt sozusagen mit dem eigentlichen Quelltext diese Fehlerbehandlung. Das heißt, Defensive Programming hat man eine Zeit lang gemacht und vielleicht war die Firma da auch sozusagen noch spät dran. Heute macht man das tatsächlich nicht mehr. Die Idee ist eher, wir wollen irgendwie diese Spezifikation, diese Erwartung, die wir haben an den Quelltext, wollen wir irgendwie nah an die Implementierung bringen. Ja, und es gibt bereits Spezifikationen, zum Beispiel in Form von Unit-Tests, die stehen dann meist an einer völlig anderen Stelle. Es gibt separate Dokumente, die Dokumentation machen. Wir haben über UML-Diagramme und ähnliches gesprochen, die sind aber alle weit weg davon. Das heißt, wir wollen irgendwas, was näher dran ist. Und insbesondere wollen wir nicht nur informelle Spezifikationen. Weil man könnte ja jetzt sagen, naja, Thomas, was näher dran ist, ist natürlich Javadoc. Schreib doch einfach in Javadoc oder in Kommentare im Quelltext rein, was du erwartest. Was die Methode, dass die erwartet, dass der Wert nicht null sein darf, das kann man da reinschreiben. Tatsächlich ist es so, da gibt es viele Untersuchungen zu, dass diese informellen Spezifikationen oft nicht aktuell sind. Die werden nicht immer mit aktualisiert, wenn der Quelltext verändert wird. Und dass sie dadurch natürlich auch nur bedingt was bringen. Weil wenn ich immer noch gucken muss, ob es jetzt wirklich stimmt, was da steht. Man muss die auch mit warten. Man muss da sozusagen jedes Mal, wenn man Änderungen macht, muss man das auch mit anpassen. Aber viel schlimmer ist, es gibt keine Möglichkeit, die automatisiert zu überprüfen und zu gucken, gilt es dann eigentlich noch, was da steht. Passt das zu dem Quelltext? Und das liegt daran, dass es eben informell ist. Informell heißt natürliche Sprache, die ist mehrdeutig und wir können die schwer automatisiert auswerten. Es kann sein, jetzt könnt ihr alle um die Ecke kommen und sagen, ja aber Thomas, es gibt doch jetzt Machine Learning und in zehn Jahren können wir das machen. Kann sein, dass wir das in zehn Jahren machen können, aber dann schaffen wir damit eher weitere Probleme. Die Idee von Design by Contract und die ist deutlich älter als jetzt sozusagen die aktuellen Machine Learning Entwicklungen, dass wir eine Spezifikation direkt an den Code schreiben. Nicht in irgendein Extradokument, nicht in die Testfälle, sondern direkt in den Code, direkt an die Stelle, wo das der Aufrufer auch sieht, zum Beispiel von der Methode. Und dass die Spezifikation formal ist. Was heißt formal? Es kann ein Parser geben für die Spezifikation, der kann die auswerten. Es gibt eine eindeutig definierte Semantik und es ist klar, was dieses Statement, was ich da hinschreibe, bedeutet. Und es kann überprüft werden, ob es gilt. Jetzt gibt es da verschiedene solche sogenannten Assertions und Assertions kann ich auf Level von der Methode machen. Ich kann zum Beispiel sagen, was erwartet diese Methode von Aufrufern? Das ist bekannt als Precondition, als Vorbedingung im Deutschen. Dann, was für Bedingungen habe ich oder was liefere ich an den Aufrufer? Das sind die Nachbedingungen, englisch Postcondition. Und dann gibt es noch einen Begriff, sozusagen Assignable Locations. Also welche Seiteneffekte hat diese Methode? Welche Stellen dürfen eigentlich hier verändert werden? An welchen Stellen muss ich mit Seiteneffekten rechnen durch die Methode? Und auch das hat zunehmend Bedeutung sozusagen für die Softwareentwicklung. Jetzt gibt es das nicht nur auf Level von Methoden, sondern auch auf Level von Klassen. Weil vielleicht möchte ich ja ausdrücken, dass jede Methode hat Folgendes als Vor- und Nachbedingungen. Ja, dass die Werte eben für diese First und Second sozusagen nicht Null sein dürfen. Und dann können wir dafür Klasseninvarianten einführen. Klasseninvarianten sind Bedingungen, die bei jeder öffentlichen Methode beim Aufruf und beim Beenden gelten müssen. Wir gucken uns jetzt mal ein Beispiel an in der Java Modeling Language. Das ist eine Erweiterung von Java um eben diese Sprachkonstrukte. Und seit vielen Jahren ist Design by Contract eins der Sprachfeatures, was in Standard Java vermisst wird. Und JML bietet sozusagen diese erweiterte Funktionalität. Oft leider auf prototypischem Level, aber es gibt immer mehr Bestrebungen, dass man das professioneller betreibt. Und es gibt viele Programmiersprachen, Eiffel, Specsharp und ähnliches von Microsoft zum Beispiel, die Design by Contract unmittelbar in ihrer Sprache unterstützen. Ja, Java ist da einfach sozusagen ein bisschen hinten dran, was Design by Contract angeht. Dadurch, dass wir eine formale Spezifikation haben, können wir folgendes machen. Wir können automatisch daraus eine Dokumentation generieren. Das heißt, in dem Java-Doc stehen dann nicht nur das, was wir informell hingeschrieben haben, die Methode sortiert das Array. Sondern da würde explizit, könnte man das in irgendeiner Form übersetzen, man kann da Formeln mit angeben und ähnliches. Das kann quasi in diese Dokumentation reingeneriert werden, was wir vorher geschrieben haben als Spezifikation. Ich kann Laufzeitbedingungen generieren. Ich kann das, was ich als Bedingung, als Vorbedingung und Nachbedingung hinschreibe, in dieser speziellen Sprache, in der Java Modeling Language, kann ich übersetzen in Bedingungen zur Laufzeit, eben weil es formal ist, weil es maschinenlesbar ist. Aber es ist noch besser, ich muss nicht nur die Assertions nicht mehr selber schreiben. Das ist sozusagen, kann man noch sagen, okay, dafür schreibe ich jetzt Vor- und Nachbedingungen, dafür, dass ich keine One-Time Assertions mehr schreibe. Aber, die haben noch weitere Vorteile, wir können damit auch Testfälle generieren. Also wir hatten ja über Blackbox und Whitebox Testen gesprochen. Und das Blackbox Testen, da ist sozusagen eine Möglichkeit, dass man diese Testfälle generiert, basierend aus der Spezifikation. Und diese Spezifikation können diese Vor- und Nachbedingungen sein. Ich kann also die Vorbedingungen hernehmen und sagen, diese Methode erwartet immer einen Wert, der nicht null ist. Und dann teste ich diese Methode eben mit einem Wert, der nicht null ist. Und rufe die damit auf. Es kann auch sein, dass eine Methode sagt, ich brauche einen positiven Integer. Und dann probiere ich eben verschiedene positive Integer aus. Und die Nachbedingung könnte sein, ich berechne immer die Quadratwurzel. Und dann kann man eben nachrechnen, dass das tatsächlich auch immer stimmt. Und diese One-Time Assertions einbauen und mit Hilfe von Unit-Tests das Ganze versuchen, geschickt abzudecken. Und diese Unit-Tests muss man dann gar nicht mehr händisch schreiben. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass man selten jetzt nur Unit-Tests generiert. Aber es gibt immer mehr Bestrebungen dazu, dass man manuelle Tests schreibt, so wie ich das eben beim Test-Driven-Development erklärt habe. Und zusätzlich noch generierte Testfälle hat und beides zusammen dann eben eine bessere Testabdeckung erreicht. Und dann gibt es noch formale Verifikationen und das hier nur mal so ganz kurz am Rande. Was man dabei versucht oder nicht nur versucht, was man dabei macht, ist, man nimmt das Programm, die Spezifikation, man überführt beides in eine Logik, in Aussagenlogik, in Logik erster Ordnung. Und in dieser Logik kann man dann nachweisen, dass für alle Eingaben, die erlaubt werden von der Methode, auch immer das Ausgabeergebnis rauskommt. Und das bedeutet, dass ich dann tatsächlich nicht mehr alle Eingaben durchprobieren muss, wo wir wissen, das geht in den meisten Fällen nicht. Wir hatten da so Rechenbeispiele mit einfach ein, zwei Integer oder mit so zwei, drei Integer-Werten, wo man das dann plötzlich schon nicht mehr machen kann. Und genau das da setzt formale Verifikation an. Wir können das also kombinieren mit Testfallgenerierung. Wir können gucken, wenn wir es formal beweisen können, können wir uns die Testfallgenerierung sparen. Oder andererseits, wenn die formale Verifikation nicht funktioniert, weil die eben nicht immer automatisch läuft zum Beispiel, dann können wir Testfallgenerierung einsetzen. Das alles baut aber darauf auf, dass es maschinenlesbar ist und das sagt quasi dieses Formal, ist eben nicht natürlich sprachlich, sondern eine Sprache, die eine Maschine auswerten kann. Jetzt habe ich lange um heißen Brei geredet, wir gucken uns das am Beispiel an. Was bedeutet das für unsere Edge-Klasse? Jetzt kann ich in der Edge-Klasse sagen, naja, ich habe eine Klasseninvariante. Diese Invariante sagt, dass einfach First und Second nie null sein dürfen. Das heißt, wenn ich den Konstrukt da aufrufe, dann muss ich da eben schon Sachen übergeben, kann da eben nicht null übergeben. Und wenn an irgendeiner Stelle, das ist jetzt in dem Quelltext hier nicht der Fall, First und Second verändert werden, dann dürfte man da eben nicht null übergeben. Und jetzt ist die Klasseninvariante etwas, was sozusagen auf alle Methoden greift. Und jetzt kann man aber auch an eine einzelne Methode was dran schreiben, nämlich hier die Vorbedingung E darf nicht null sein. Ja, das war das, was hier vorhin diesen Fehler ausgelöst hat. Und dann können wir noch sagen, was für die Nachbedingung gilt. Und hier ist so ein bisschen das Problem, wir schreiben jetzt in Logik in JML nochmal mehr oder weniger eins zu eins das auf, was in dem Quelltext schon steht. Das ist aber eher geschuldet, dass es so ein kleines Beispiel ist. Stellt euch eine Sortiermethode vor, dann kann das Sortierverfahren deutlich komplexer sein, QuickSort, MergeSort oder ähnliches, als die eigentliche Sortierbedingung, die ja einfach nur ist, geht das Array durch und jedes Paar von Elementen, für die muss gelten, dass die in der Sortierbedingung sind. Das heißt, bei realen Beispielen sieht dann wirklich die Spezifikation deutlich anders aus als die Implementierung. Was man jetzt eben mit deduktiver Verifikation, mit formaler Verifikation machen kann, ist wirklich nachweisen, dass diese Methode das eben immer erfüllt und dass zum Beispiel auch alle Aufrufe eben diese Bedingung erfüllen. An der Stelle würden wir dann eben fehlschlagen und entweder deduktive Verifikation würde uns dann eben sagen, die formale Verifikation würde uns sagen, hier, das darfst du nicht mit null aufrufen, das kann ich so nicht verifizieren. Gut, jetzt haben wir auf einer Seite quasi den Aufrufer, auf einer Seite den aufgerufenen, eben als Caller und Callee im Englischen, ja, der Aufrufer und der Aufgerufene. Und in dem Fall sind es einfach diese zwei Methoden, wir haben die Main-Methode und die ruft an irgendeiner Stelle, nämlich in der letzten Zeile, die Equals-Methode auf. Und was diese Vor- und Nachbedingungen jetzt machen, naja, der Aufrufer muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Der muss nämlich die Vorbedingungen erfüllen. Der muss die Bedingungen erfüllen, dass er nicht null übergibt. Und das Ganze, ja, das ist eine Vorbedingung in JML definiert, aber das Ganze können wir relativ einfach übersetzen in eine One-Time-Researchen. Das heißt, wir können die One-Time-Researchen einfach generieren, das an jeder Stelle, wo es aufgerufen wird und vielleicht auch nur, wenn wir den Debug-Mode anhaben und nicht im Produktivsystem, weil das da viel zu langsam ist. Das ist generell eine Form, wie man One-Time-Researchen es nutzen kann. Und wir können aber auch sagen, es ist ein sicherheitskritisches System, es ist eine Rakete oder es ist ein Flugzeug oder ein Auto. Und da wollen wir, dass die immer mitlaufen und uns sofort mitteilen, wenn irgendeine Komponente sich in einem falschen Zustand befindet. Wenn also diese Vorbedingungen nicht erfüllt wird, dann ist der Aufrufer schuld. Und genauso haben wir das umgekehrt, wenn diese Nachbedingungen nicht erfüllt wird, dann ist quasi die Methode schuld. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Bei Folgefehlern ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn diese Methode also jetzt null übergeben bekommt, erwartet eigentlich einen anderen Wert als null, dann ist eben die Frage, was passiert dann eben mit diesen Nachbedingungen? Müssen die dann noch erfüllt werden oder nicht? Aber angenommen, alle vorherigen Bedingungen wurden erfüllt, dann ist eben die Methode jetzt hier an der Stelle schuld. Und ich habe jetzt schon immer den Begriff von Schuld benutzt. Tatsächlich im Englischen gibt es auch den Begriff Blame Assignment. Und das ist genau das, wo wir vorher gesagt haben, ja, okay, ich weiß jetzt der Unitist schlägt fehl, aber ich weiß jetzt noch gar nicht, an welcher Stelle der Fehler ist. Und dieses Blame Assignment ist eigentlich der zentrale Punkt von Design by Contract, dass man nicht nur weiß, okay, da schlägt was fehl, ich muss selber die Stelle suchen, sondern dass man hier weiß, diese Methode hat die aufgerufen und hat hier den falschen Wert übergeben. Du musst also genau an diese Stelle gucken und das heißt tatsächlich in dem Fall kann uns das Blame Assignment dazu führen, dass wir hier erkennen, dass wir nicht null übergeben dürfen. Eine Anmerkung noch, JML ist jetzt eben eine Spracherweiterung und viele Programmiersprachen unterstützen inzwischen, dass ihr sowas wie Non-Null oder Nullable oder Ähnliches angeben könnt. Das heißt, das kann teilweise der Compiler schon mit überprüfen gewissermaßen, auch wenn der dabei ja ähnlich ist zu der Teststrategie gerade, mit den etwas günstigeren Tests, die erstmal alle machen. Da wird vielleicht mal was abgewiesen, da muss ein Kind mal nach Hause, was eigentlich gar nicht mit Corona krank ist. Und genauso funktioniert das Prinzip hier auch mit diesem Null, dass der Compiler vielleicht manchmal irgendwie Quelltext abweist oder sagt oder eine Warnung gibt und das ist ein ganz natürliches Prinzip von statischen Analysen, dass es eben solche Fehler hier auch gibt, eben solche False Positives. Gut, das dazu. Kurz zum Ende noch ein kleiner Abstecher. Wenn wir uns jetzt das Design by Contract angucken und Bertrand Meyer hat das quasi promotet. Erst die Ideen dafür sind schon sehr alt und gehen auf Alan Turing zurück, etwa Mitte des letzten Jahrhunderts. Dann wird sozusagen bewusst, wenn man Literatur liest, dass der Kern von Objektorientierung sind eigentlich Verträge, ist eben dieses Design by Contract, eben dieses Entwurf mit Verträgen sozusagen, auf Deutsch besetzt Design by Contract, dass diese Verträge uns den Kern vor Augen führen, den Objektorientierung bedeutet. So und das heißt, um das zu verstehen, was das bedeutet, wir haben hier die Klasse Edge, ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, ein bisschen was weggelassen. Und diese Klasse Edge können wir jetzt verfeinern. Wir können einen Subtyp bilden, wir können eine Subklasse davon bilden. Und in dem Fall können wir einfach sagen, wir haben nicht nur Kanten, sondern wir haben auch gewichtete Kanten. Gewichtete Kanten sind einfach auch Kanten, aber die haben eben noch das Gewicht und die Equals Methode muss jetzt ein bisschen anders aussehen. Und an der Stelle ist das Entscheidende, was passiert jetzt mit diesen Verträgen? Weil unterm Stand müssen wir ja schon die Verträge anpassen, weil der Vertrag möchte jetzt auch darüber sprechen, dass das Gewicht nicht in all sein darf, weil sonst kriegen wir da eine Nine-Pointer-Exception. Und da möchte ich auch eine Nachbedingung geben, dass die Gewichte auch übereinstimmen, wenn zwei Kanten übereinstimmen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, da müssen wir uns vor Augen führen, wie können diese zwei Klassen jetzt instanziert werden, wie können diese Equals Methoden aufgerufen werden. Der simpelste Fall ist, ich erzeuge eine Instanz von der Klasse Edge und rufe die Equals Methode auf, und der Fall deutet an, naja dann muss ich diesen Vertrag hier oben erfüllen. Also ich darf da nicht Nine übergeben und kann mich nachher auf das und das verlassen. Jetzt gibt es noch einen anderen relativ einfachen Fall, zumindest augenscheinlich, also auf den ersten Blick, nämlich wenn ich Weighted Edge instanziere, die Equals Methode direkt darauf aufrufe, dann muss ich diesen Vertrag hier unten erfüllen. Also dann muss ich quasi, darf das Gewicht nicht Nine sein und ich kann mich nachher darauf verlassen, dass die Gewichte übereinstimmen. Jetzt gibt es aber noch Zwischenformen. Es ist nämlich denkbar, dass ich in einer Variable vom Typ Edge eine Klasse Weighted Edge instanziere und da abspeichere und dann rufe ich die Equals Methode auf. Und Achtung, da sind wir wieder bei dem Punkt Dynamic und Static Dispatch. An der Stelle rufe ich zwar die Equals Methode auf, aber der Programmfluss kann natürlich beliebig komplex sein zwischen diesen zwei Statements, dass ich gar nicht weiß, wenn ich dieses i.equals aufrufe, was für ein Objekt habe ich eigentlich. Und das ist bekannt als Polymorphismus, als Subtypen, als Vererbung. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass sich eben Weighted Edge, die Methode Equals, genauso verhält, wie es für die Edge-Klasse generell angegeben wurde. Das heißt, die Implementierung in der Subklasse in Weighted Edge muss sich genauso verhalten wie die in der Edge-Methode. Und das bedeutet, dass wir hier in dieser Abbildung eben noch einen weiteren Fall reinkriegen, nämlich wenn ich also auch direkt diese Methode aufrufe auf dieser Instanz, dann kann ich mich eben auch auf beide dieser Verträge verlassen und weiß eben auch, dass eine Kante, wenn sie als gleich deklariert wird, dass in der sozusagen auch Start- und Zielknoten übereinstimmen und nicht nur die Gewichte. Das dazu noch als Hinweis oder als kleiner Abstecher. Das ist nur ganz vorsichtig mal angedeutet, was Behavioural Subtyping ist. Wenn man da in die Details reingeht, wird das viel, viel komplexer. Aber dass ihr so einen Eindruck bekommt, diese Verträge, da muss man durchaus ein bisschen drüber nachdenken, was passiert da eigentlich bei Vererbung. Und gerade dieses Polymorphismus, ich weiß gar nicht mit welcher Subklasse, mit welcher Instanz ich jetzt eigentlich arbeite. Das bringt sozusagen viel für das Design einer solchen Sprache, wie eben die Java Modeling Language Chords, JML. In diesem Teil ging es um Test-Driven Development und Design by Contract. Ich habe euch ein paar Beispiele auch gegeben, noch zu den letzten Vorlesungsteilen. Wir haben also Beispiele für Typ, für Laufzeit, für logische Fehler gesehen. Wir haben auch noch mal Beispiele in JUnit und Assertions gesehen. Und Design by Contract als im Wesentlichen, wir haben Klasseninvarianten, Vor- und Nachbedingungen. Wir haben sowas wie Blame Assignment. Wir finden diese Stelle im Code, die eigentlich gerade schuld ist. Und wir haben im Behavioural Subtyping. Das heißt, wie müssen Verträge aussehen, wenn ich Subklassen erzeuge. Und das alles habe ich euch illustriert anhand der Java Modeling Language. Was könnt ihr euch jetzt angucken? Ich glaube, was jetzt ganz gut ist, nachdem wir jetzt viele Beispiele schon gesehen haben, aber eben noch nicht für alles Beispiele. Gebt mal selber Beispiele für lexikalische Fehler, für Parserfehler, für Typfehler, für Laufzeit und für logische Fehler. In dieser Vorlesung haben wir jetzt tatsächlich Typ, Laufzeit und logische Fehler schon gesehen. Das heißt, da gehen weitere Beispiele oder eben lexikalische und Parserfehler. Das heißt, da mal überlegen, was fällt quasi in diese Klassen rein? Was kann man eben beim Scannen und beim Parsen als Fehler erkennen? Das bitte wieder in Moodle und dann gern für die Beispiele von anderen Kommilitonen dann mal diskutieren. Wie können die erkannt werden? Können die mit einem Compiler erkannt werden oder nicht? In welcher Phase vom Compiler werden die erkannt? Und wenn die nicht mit dem Compiler erkannt werden können, was kann ich dafür nutzen? Oder könnte da vielleicht auch Design by Contract helfen? Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit bis hierher und viel Spaß bei der Interaktion.